Herzlichst Willkommen zu einer Runde FIFA 15 Pro Club. Wir spielen im Pokal mit dabei ist der Alex, der Tobi und der Pascal im Tor. Hallo. Willst du jetzt was sagen? Hast du eingestellt? Ja, habe ich. Direkt mal ein bisschen offensiver, ne? Der Fisch wird jetzt mal weggelassen. Ja, Tobi hat es nicht so mit offensiv spielen. Ja, vor allem. Gegen Dortmund müssen wir gewinnen, die Steiglises hier haben. Glaube ich nicht. Naja, die Lizenz für die zweite Liga haben sie ja schon mal gekriegt. Doch! Oh Gott, in der Höhe. Na gut. Ich wäre reingegangen, hätte ich gesagt, sie wollen das absichtlich, aber so nicht. Ja, der zweite Alex. Ja, der zweite ist das absichtlich. Nein, ich wollte wirklich in Zweikant. Okay, ich glaub dir das jetzt mal. Solltest du besser auch, jetzt kriegst du keine Besse von mir. Ja, stell dir mal abseits, ist Mike am liebsten. Ich weiß auch nicht, was... Ich weiß auch nicht, was... Was sein sollte. Ich weiß auch nicht, was... Was sein sollte. Weil ich in diesem Moment mir genau dasselbe gedacht hab. Ach Gott. ... ... ... ... ... Nein, das wollte ich nicht. Dann war das sehr ungewollt. Oh Gott. ... 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